Das links von mir ist Alexander. Alexander ist 16 Jahre alt und leidet an einem Lymphom an der Darmwand, also an Lymphdrüsenkrebs. Der Tumor wurde im September 2020 festgestellt. Er war so groß wie 100 Würfel, so hat es der behandelnde Arzt damals ausgedrückt. Seit Oktober 2020 wird Alexander in Leipzig auf der Station für Kinderonkologie behandelt. Seitdem erhält er auch Chemotherapie. Vor ein paar Wochen sollte der Tumor entfernt werden. Dies gelang allerdings nicht komplett. Daher erhält er nun weiter Chemotherapie. Da sein Immunsystem dadurch enorm geschwächt ist, benötigt Alex dringend eine Antikörperspende. Ohne diese würde er es nicht überstehen. Und nun sind Sie an den Bildschirmen gefragt. Die Familie von Alexander bittet herzlichst darum, dass sich so viel wie möglich Menschen bei der DKMS, der HEMA oder dem DRK für Alex registrieren lassen. Aktuell wurde noch kein passender Spender gefunden. Das Motto ist Alex will leben. Aufgeben ist keine Option.